Digger, der will dann direkt los. Hey Kiddo, wie ist die Lage da draus? Wir sind gerade erst los, also entspannt. Ach, sie sitzt auch immer mit dabei. Das ist ja geil. Guck mal, ist denn stets? Alles Arschlöcher da. Geil. Alles klar. Wir suchen uns einfach was, wenn wir da sind. Vielleicht braten wir uns ein Steak über einer brennenden Mülltonne. Hey. Sie macht Witze, nur Witze. Und jetzt kommt halt mein Problem, was ich mit den neuen Nitrospeed-Spielen habe. Guck mal die Entfernung an. Das sieht aus wie ein 2005-Mauspiel. Ja. Das sieht potten hässlich aus. So, die Rücklichter, Achtung, und bremsen. Ja, das ist geil. Okay, das blau ist in dem Fall nur der Highway, wenn das nicht die Straßen, die wir schon gewahren sind. Ah, okay. Gut zu wissen. Äh, der Bulle fährt einfach. Kann man den jetzt einfach so? Ist das wie damals? Wahrscheinlich. Ja. Geil. Boah, das ist ja schön. Alter, wie der abgeflogen ist. Oha, du hast den einen Kopf verfolgt. Boah. Zentrale, hier Streife. Wir verfolgen die Tiefmessung. Ja. Boah, alter, Kopf ausgeschaltet. Ist okay. Okay. Jetzt guck mal, wenn ich hier durchfahre, bei Tag, das ist halt das Problem. Guck mal, du kannst zugucken, wie alles nachlädt. Ja. Austeilen und suchen. Ja, ja, gut, das ist halt scheiße. Da riecht den Tisch. Verfolger und ablicken. So wird das gemacht. Boah, Alter. Boah, tut mir leid. Geil, der Turbo. Bein nahe, Unfälle. Ja, was für Unfälle. Bein nahe, Unfall. Alles kontrolliert. Knapp vorbeigefahren. Dass du nicht drückst. Ja, schon. War das noch damals auch so, oder nicht? Ja. Ja, bei Need for Speed Most Wanted, Digga. Ja, da nicht. Beim Anderen, Grad 2 war es so, ja. Beim Most Wanted nicht. Da hat es sich mit der Zeit einfach aufgeladen, wenn du gefahren bist. War aber nicht auch beinahe, Unfall dran oder so? Warte, egal, wie hässlich die Häuser nachladen. Das ist so schlimm. Ja, du kannst zugucken, wie alles nachlädt. Das ist halt wirklich ein Frostbite-Engine-Problem, weil das Frostbite-Engine beim Battlefield bewegst du dich nicht so schnell, dass du das erkennst. Und das ist dann, du legst ja nicht so schnell große Distanzen zurück. Wenn du auf dem Schlachtfeld rumläufst, oder so. Okay, interessant. Der Porsche. Geil. 3000. Wir sind erst ein Platz. 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 Straßenrennen, Fabrik, Rekord. Ohne Corvette. Boah, geil. Boah, wie ich mir jetzt bin. Ach, zum Scheiße. Sie spürt den Druck. Dann geh kacken. Ich wollte gerade sagen. Guck mal, die Straße, hast du das gerade gesehen? Ja, hat mich geladen. Das ist halt... Das hast du halt nicht mal bei Underground gehabt. Ja. Das Problem. Ja, gut. Damals war halt alles noch nicht so... Ja, aber die Konsolen und die Rechner auch nicht. Ja, schon. Aber die haben es hingekriegt. Ja. Ich bin froh, mit dir im Baden zu sitzen. Das ist schon lange fällig. Aber sag das Rydell nicht. Okay. Pizza-Lieferant. Boah. Corvette, alter. Boah. Das war knapp. Erwischt hat er ihn aber? Mhm. Puff, hat's gemacht. Ja. Komm schon. Den kriegst du. Gib Gas. Boah. Boost. Oh Gott. Oh, Stein. Uiuiuiui. Ganz gefährlich bei so. Digga, das Fahrverhalten ist sau-schwierig. Boah, der ist auch reinmarschiert. Komm schon. Jetzt ist wieder der Urus. Gib ihm. Siegerade. Voll Gas. Geil. Ja. Geil. Geil! Zündchen! 3100 Nice! Karachi Ridel zurück Ja, 3100 rote Dollar, null Grüne Ah, dann gibt's wahrscheinlich illegale und legale Rennen, hm? Ok Haha, entweder das Oder? Oder Ingame-Währung Boah, das wär aber asozial Die Net ist angenehm groß Sehr groß, ja, da hinten rechts Du episch sein Wenn du die Rennen veranstaltest Ich hab nicht vor ewig in der Werkstatt zu sein, weißt du? Ich habe Ambition Ambition endlich Style zu finden Ich hab immer einen Plan Ambition endlich Style zu finden, sagt der mit dem grünen Bart und der lila Brille, aber naja Und den Bauch vor einen Topf Komm, wenn der Straßenrand nachlädt Woah, Hilfe Guck mal Woah, ja Da Woah, Alter Oh, wunderschön Oh, Mann Sieht so schlimm aus Woah Ah, das muss man einfach ignorieren Ja Da ist die Garage Ja Ja Ach, das geht Oha Geil Garage aussuchen Nacht Okay, bei Nacht ist Spiel deutlich hübscher Mhm So Kann man was tunen jetzt? Der Wagen sieht gut aus Die Fahrerei war auch nicht schlecht Ihr zwei scheint gut zu harmonieren Ach ja, hast du die neuen Autos draußen gesehen? Eins davon soll morgen zum Kunden zurück und es braucht noch ein wenig Oh Carbon Finish Oh Guck mal, Forged Carbon Krass, ja Chrom Wow, also Krass, ja Boah, das sieht fett aus Geil Ohohohoho, ist das böse Huijuiuiuiui Geil 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 Das ist ein Brett, Alter Mhm Die Fahndungsstufe vom Tag wird übernommen, da musst du im Auge behalten und deine Sitzung sorgfältig planen Mhm, okay Ach, weil sie dann nachts richtig aggressiv auf dich sind Wahrscheinlich, also halt aktiver als Tags immer Wenn du nachts die Garage auf die wird zurückgesetzt, okay Du blöde Hure Okay 12.000 Stopp, du musst erst mal 4.000 mitbringen Haben wir nicht, okay, krass Krass Das ist geil, dass das Das finde ich cool, dass du halt Von den ganzen Leuten gibts dann Geld sozusagen Ja Und daraus wird dann auch das Preisgeld gemacht und so Ja, wie können wir da jetzt beitreten? Das sind ja zwei Ränder, da steht da irgendwie Ja, das zweite ist ja noch zu hier Ja, warte, da musst du Ah, Schachtgeld Null Aha Ja, genau Boah, geil Ja, nachts kann man das anschauen Mh Guck mal wie das... Boah Das machst du da auch Hey, achte auf Cops Wir haben die Suche nach uns noch nicht aufgegeben Ja, ja Wenn wir in den Abendnachrichten auftauchen Rastet Rydell aus Ach, was... Hey, wäre doch gute PR für die Werkstatt Na ja, jetzt haben wir... Ist das 3.000 Euro bei den Grünen dort das? Nach dem Rennen? Nach dem Rennen? Nein, nach Rydells Du kannst dort nicht ewig arbeiten Hab nie drüber nachgedacht Hm Nach dem Rennen hatten wir das Geld im Roten Hm Und dann sind wir in die Garage gefahren Ach, wenn du geschnallt bist, verlierst du das Geld, oder was? Ah, okay Du hast das dabei Oder was? Also wenn wir es jetzt richtig verstehen Also das ist natürlich krass Das finde ich cool gemacht Das heißt, wenn du... Alter, bist du bekloppt? Falsche Seite Ja, das war er What the fuck, ja Das heißt, wenn du dann mal so 12.000 Preisgeld hast Mhm, so in einer Sitzung und dich schnappt den Kopf oder so und dann ist alles weg Das ist dann schon krass, ja Das ist ja echt cool gemacht Weil dann hat das endlich mal eine Wirkung, wenn du geschnappt wirst Ja, ja klar Weil sonst immer so... Ja, scheiße Dann fahr ich halt weiter So, das war's Irgendwann ist halt dein Wagen konfisziert, ärgerlich, aber den kannst du ja freikaufen Hast du mal eine Rohrzange gesehen? Oh, hat sie ihn weggenippelt Rory Ja Ja Natürlich habe ich da nachgesehen Da sehe ich immer... Vergiss es Wo war sie? Ähm, sie war... Sie war... Sie war, ähm... Naja Oh... Oh... Inschrank Krass, das sind die viele Ford Raptors Meist verkauftes Auto in den USA Tatsächlich? Mhm Krass Oh... Oh... Sauber reingedürftet Sauber reingedürftet Du weißt, dass wir nicht in jedes Event reinkommen, oder? Für die ganz großen Rennen fehlt uns die Kohle Ach, da sieht man auch die Charakter, okay Geil Das sind auch noch richtig Leute Oh, oh... Boah... Die Karre... Oha... Oha... Alter Das grün und verchromt sieht fett aus Aber das matt sieht auch heftig aus Sorry Let's go Die Scheiße Wir müssen unbedingt irgendwann mal richtig tun Also Leistung und so Ja, am Anfang halt nicht Es geht ab, Alter Das waren die Geräusche aus der Ferne Ooooooh... Aus dem Weg Schnell nach vorne Die Lichter Geil Boah Vor allem die haben auch andere Lichterfarben, guck mal Toll Vorfüh-Effekt Vorfüh-Effekt Oh, oh, shit So, Lipai Boah, hab ich den erwischt jetzt, Alter Der Elterum Wegesündelt, Alter Und? Boah, geil, 200 Meter vor dir Ah, Rundkurs Zwei Runden Okay Ah, letzte Runde Scheiße, er ist dritter Ja, die kriegen wir Die kriegen wir Geil, sehr gut Zweiter Und den holen wir uns auch noch Ah, shit Kurve fahren muss ich Guck mal auf der Karte, wie eng die ist Ja Kriegen wir den? Ich glaub nicht Boah Boah Oh, da drüben ist es schon Und los geht's Nur ein Fehler und ich bin vorn Gib ihm Du Wichser Ah, schade Weil der Bulli noch hat noch weggecatcht Aber hat nicht gereicht Nee Aber hey, immerhin Zweiter Ah, wir können noch viermal neu probieren Ah Ich würd's gerne nochmal probieren Ja, wieso nicht? Boah, die Karre, alter Kaputt Bleibt das jetzt so? Nee Ah, Mustern, geil Aus dem Weg Lass dir das nicht zur Kopf steigen Genau Aus dem Weg Schön vor dem Urus bleiben Der war sauber Ohhhh Das war auch sauber Sauber reingefahren Ja, komplett in den Zweierbillen Weg Jo, alter Können wir auch so krass abheben Boah, hat's den weggenommen Oh, Kore Jo, wo kommt der noch einmal her? Alter Komm schon, ne Schnapp sie dir Die sind schon wieder ziemlich weit weg Das ist der Urus, sehr gut, wird aufgehalten Boah Komm schon, die kriegst du Puh, das war knapp Ja Nicht locker Jetzt ist die Brücke hier unten Krass Oha, gar nicht aufgefallen vorher Schnapp sie dir Ich krieg dich schon noch Alter Was hat die gemacht? Shit Zentrale Streife nimmt Verfolgung auf Nein, der Urus Die Streife Hilft euch aus Oh Boah Ja, danke für den Respawn Checkpoint verpasst Genau Natürlich Okay Das Spiel ist anspruchsvoll Krass, ja Macht aber Spaß, wenn das so ist Ach, da hast du ein Drehzahl-Ding Hast du gesehen? Du hast da einen Drehzahlbereich, wo du Warte mal Machst du noch einmal Und dann kriegst du einen guten Start ohne Wheelspin Ah, okay Ey, krass Hier ist ja sogar Need for Speed Pro Street Hier ist ja von allen Need for Speed was drin Ah, tatsächlich Krass Toll, wieder verkackt Ja Okay, interessant, das ist geil Cool gemacht Dein Brücke geht hoch Ja Wie die im Rathaus Wie die im Rathaus Oh Ja, die Crash-Effekte und so sind auch echt nice Ja Ist saugeil gemacht Also direkt hinterher, nicht dass die zu einem weg kommen Sind nur wir Okay, der Bulle biegt ab Brücke ist unten, sehr gut Geil, top Find ich krass, wie das auch unterschiedlich ist Weil im letzten Rennen waren wir bei der ersten Runde oben, ne? Ja, da waren alle beide oben Was zum Teufel Was ist denn los, Alter? Danke Ja, ja Toll Ey, ist ja so weit weg Oh Mann, ey Da ist sie Ich die Zeit liegen gelassen hat sie die alte Oh fuck, Alter Das wird eng Oh fuck, Alter Das wird eng Oh shit Oh nein Die Hupe, Alter Geil Ich werde dich nicht gewinnen lassen Doch, doch Wusst du Das hat sie gesagt, ja Achso, wir gewinnen Weg mit euch Oh shit Schnell durch Sehr gut Gewonnen Geil Nice Ey, das macht Spaß Das ist geil Tagsüber nicht, nachts ist gut Tagsüber sieht das Spiel aus wie Kotze Ja Auf jeden Fall wird fortgesetzt Ah, geil Als ob Geil Woah Die haben mich weggebrezelt Schnell weg Verhaftung Geil, das ist nämlich wie beim Most Wunder Da war das auch so Ja, da müsstest du nach dem Rennen auch weitermachen Ja, wenn du beim dessen Kopf hast Ja Komm schon, wir sind sie gleich los Oh, der Drift ist so schön gewesen jetzt Da musste ich einfach hier nochmal lang fahren Ja Moin Ausgeschaltet, sehr gut Entwischt Mann, was stimmt denn heute nicht mit mir? Hm Subjekt hat sich bei University Central in Luft aufgelöst Tja Das Ziel ist schon lange weg So ist es halt Tja Hm Gerade zu Rydell So gibt es noch Paradell im Treffpunkt Der wird durchgedreht Aha, du weißt der war früher noch heftiger drauf Rydell doch nicht Er macht immer alles Ich konnte grad mit Steuerkreuz auswählen wo ich jetzt hin will Ja, hab's grad gesehen, ja Guck, jetzt hab ich wieder Bargeld dabei Ja Geil, sehr gut Okay, dann ist das tatsächlich so Krass Ist geil gemacht Ja Das feier ich Das hat den Sinn Jetzt fahr ich hier ein Rennen Verliere, äh gewinnen Ordentlich Kohle Und danach geht's weiter mit Verfolgungsjagd Naja Und wenn ich dann geschnappt wird, war das alles für den Arsch Ne, genau Ah, das ist geil gemacht Ja Ich fang an, wenn wir wieder bei der Werkstatt sind Schon rein schneiden War rein schneiden War ,哈哈哈 Aha Ah Wohohohojo Speedrennen Erstklassig Das ist dieses Geldsitz-Rennen Ja, das war einmal komplett schlecht. Ja. Oh, die catchen sich weg. Schon den Urus gerammt, sehr gut. Ja, weil der Urus ist gegen den Gegenfolger gefahren, deswegen hat es den weggeschnalzt. Oh nein, das ist schon wieder Krops. Highway Police. Oh mein Gott, es tut mir leid. Alter. Okay, das heißt, wenn du mit dreifachem Boost einem hinten drauf rotzt, dann nippelst du den komplett weg. Ja, du gibst dem ja volle Kante. Uiuiui. Oha. Ey, das ist aber geil, dass es jetzt so Outtakes gibt hier. Ja, komm, vollgas nie drum. Wie heißt das? Take Downs. Take Downs, ja. Zurück zur natürlichen Ordnung. Gleich hier nach der Kugel Nitro. Gib ihm, komm schon. Wir müssen da ran. Keine Ahunfall machen. Im Gegenüberkehr bringt da auch ordentlich was. Ah, das Ding ist okay, da brauchst du quasi ein Combo damit, dass es sich füllt. Komm schon. Ja. 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 Komm schon. Sollte man wirklich am Start gut erwischen und direkt aufholen. Ja. Genau. Genau. Was und vieles mehr sehen Sie aber erst in der nächsten Folge von Need for Speed Unbound. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn wir mehr davon machen sollen, sagen wir mal 12.000 Dollar, aber jetzt hört man echt los. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und Tschüss. Koch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.